Interner Comlink hergestellt. Verstanden habe. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal was passiert, wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Okay. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin oder was spielen wir denn jetzt überhaupt? Ah, das Anfang. Das ist der Anfang. Also Ausschnitt aus dem Intro bevor im Stall. Na, das bevor man ins Startmenü kommt. Komm, Farid. Es ist Zeit. Achso, ich spiele den komischen Farid. Oha. Okay. Okay. Gott ist dir! Gott ist dir! Gott ist dir! Gott ist dir! Okay. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es wüsste, dann... ...wir will mich bei der Zitadelle treffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er untertaucht. Geh durch die Stadt und stell den Kontakt wieder her. Okay, wir spielen Farid. Wir sind gut. Wir sind also der Spitzel so gesehen. Die jemenitischen Truppen werden einen Schutz um die Stadt errichten. Klug unteraktion. Für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Er greift nur im absoluten Notfall an. Ich darf hier mit dem Schwert durch... Ähm... ...ja... Ah, okay. Meine Messer-Antacke ist jetzt das komische Schwert. Gut zu wissen. Nein, 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 nein. Nicht schon hier sterben. Skorpion ist nämlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zu spielen. Das habe ich im Multiplayer auch schon mitbekommen. Dies war... ...richtig gut. Also... ...ja... ...als wenn man... ...ähm... ...jetzt irgendeine... ...Maschinenpistole mit... ...Schnellfeuerspiel zu gesehen. Hat die eine Schussfolge. Also eine sehr hohe... ...Schussfolge dadurch. Obwohl sie kein Schnellfeuer drauf hat. Hat aber auch eine super... ...Stabilität. Oh Mann. Wie viele da einfach nur sind. Und ich habe... ...keine... ...Money mehr. So. Spiel. Lade. Dann werde ich jetzt erst mal... ...die Raffikon wechseln. Weil mit der kann man doch... ...recht gut spielen. Weil wenn man halt gut trifft... ...drei Schuss... ...also ein... ...Burst... ...sind die Gegner tot. Und... ...hä? Wer textet mich denn jetzt dazu? Und hat auch... ...ne super Reichweite. Da ist das nächste. Ich brauche aber trotzdem... ...hinter mir. Ah... ...komme ich halt zu dir hoch. Ähm... ...gut. Ich kann es so im Stand nicht rüber. Warum schreien die jetzt hier so her? Mein Gott. Hör gut zu. Bleib stark mein Freund. Und ich verspreche... ...dass ich dich dann durchbringe. Okay? Oh, das ist ein super. Schönes... ...geil... ...mit Trommelmagazin. Äh... ...ja... ...dauert aber recht lange zum Nachladen. Hm. Muss man natürlich dann abwägen... ...ob man das... ...bspw. diese jetzt auch... ...im Multiplayer-Spiel... ...oder nicht. Oh. Die kleinen... ...Quadro-Kopter-G-Regen auf. Die Nerven einfach nur. Weil so viele einfach nur da sind. Wenn man nicht aufpasst... ...ist man durch... ...durch die relativ schnell dauern. So. Die 2-3-3, die kümmert sich darum. Ich glaube, da kriege ich ein bisschen... ...APG. Ne, ich habe eine gute Waffe. Das Wetter führt zu einem Werkfahrt in den Außenbezirken. Geh da drin, wir treffen uns... ...wenn unsere Wiedholtz im Einsatzgebiet sind. Äh... ...da fährt sie. Das ist ja schon wie ein Dragonfire. Nein, 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 lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich sollte doch mal hier draußen erst mal... ...bisschen Wallhacken. Also das Wieser ist ja eigentlich so gesehen ein kleiner Wallhack... ...beziehungsweise der Millimeter-Scanner... ...den man im Multiplayer natürlich auch freischaltet. Ich glaube, da habe ich schon mal gesagt. Bis, glaube ich, 30 Metern, wenn sich der Gegner nicht bewegt... ...kann das Ding durch die Wände, durch so einen Impuls schauen, ob da Gegner sind oder nicht. Aber ich habe sehr wenige erst gesehen, die damit umherglauben sind. Wer sagt, ich glaube, insgesamt drei Leute oder so. Oh, schon leer. Wir haben noch einen mit Variablen und Zoom. Warum spielt man solche Waffen mit Variablen und Zoom? Ich verstehe es nicht. Natürlich hat eine Scar H in dem Fall, also die Scar Hefty benutzt ein bisschen andere Munition. Größeres Kaliber. Hat die natürlich eine höhere Reichweite, aber so beispielsweise wie eine Sniper, dass man Variablen und Zoom braucht. Hat sie nun nicht. Sie sind jede Minute da, Farid. Mach weiter, du musst mir denn das finden. Ey, das sind so... Oh, hallo, was haben wir denn da? Ähm, ja. Los, geh kaputt. Äh, ja gut, ein Trommelmagazin ist natürlich sehr nützlich. Weil, ähm, ja, ich glaube, die läuft hier sogar als LMG. Ich weiß gar nicht, ob man das als Aufsatz so freigeschaltet bekommt. Oder, wie gesagt, ob es nur unter einem LMG läuft, keine Ahnung. Ich habe mir, natürlich spiele ich ab und an auch mal die Scar, aber die wird garantiert hier unter einem LMG laufen. Weil die Scar H an sich hat eine langrissammere Schussfolge. Und die hat hier doch eine relativ schnelle Sturmgewehr-like. Oh. Verdammt, er muss durch die jemenitischen Linien geschlüpft sein. Die jemenitischen Dinge. So. Machen wir hier mal ein paar Wallbanks. Natürlich könnte man, oder könnte ich die hier auch mal... Oh, die Zungen aufstocken. Ja, ist gut. Äh, auch mal einen Multiplaus probieren. Dieses scheint sehr, sehr gut zu sein. Natürlich müsste man dann auch die... Okay. Dementsprechende Perks wählen. Komm, macht mal Platz da. Das war noch... Oh, hallo. Amerikanisches Blut an deinen Händen, Farid. Natürlich, Menendez. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Zu viele Männer sind tot. Der Sieg bemisst sich nicht in Verlusten, Farid. Farid, bist du noch da? Sieg getroffen. Wir gehen runter. Er bemisst sich in Erfolg. Verdammt. Oh, scheiße. Ich... Okay. Hierher. Lass mich los. Jemand hat verraten, dass ich hier bin. Wer weiß. Du verschwindest deine Zeit, du verdammter... Was hat... Von mir erfährst du einen Scheiß. Komm schon, mehr hast du nicht drauf. Hä? Farid. Ähm, ja. Nein. Ja, das ist es. Los, töte mich. Stimmt was nicht, Farid. Du rückgratlose Stück Scheiße. Andere, die Arbeit machen lassen. Was für ein Mann bist du. Hä? Ja. Mach deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid. Tu es, Penner. Mach deinen Job. Jetzt. Farid. Tu es, Mann. Komm schon. Hast du nicht die Eier, mich zu erschießen? Ha, ha, ha. Klapp schon, Penner. Tu es. Ich lache, nee. Aber tu ich nicht erschießen. Du hast uns verraten. Ja, und? Und wofür, hä? Dein Leben bedeutet deinen Herren. Rein, gar nichts. Tot. Das ist besch... Papa? Papa, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht. Kraken, Linebacker 2. Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf mein Hand übertragen. Schwerer Beschuss von den Milchern. Okay, das ist bestimmt auch, wie er jetzt so eine Entscheidungsfrage nach dem Weg Ende gewählt. Ja, okay, wir haben Menendez gesichtet. Näher an uns für Zugriff. Okay, auf geht's runter. So, Mausempfindlichkeit mal wieder runterstellen. Harper lebt noch? Menendez, dieser Hurensohn will zur Zitadelle. Abtransport arrangieren. Harper muss zurück zur Obama. Sattet er keine? Mehrere Eagles abgeschossen. Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an. Kraken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf ihre Anzeige gesetzt. Drohnen auf neues Ziel angestellt. Drohnenzielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Abfunksysteme aktiviert. Aufteilen, los nach oben. Die Straße ist eine Todeszone. Ich hab's mehr gekriegt. So, dann laufen wir halt oben lang. Ich glaub, die sind echt überrascht, dass ich da bin. Ich hab jetzt eben nicht geplant, dass hier um jede Ecke hier eine steht. Haut ihr ab mal. Wo war ich jetzt? Achso, das garantiert auch hier so eine Entscheidungssache wegen Ending. Kraken, wir glauben, dass Menendez zur Zitadelle will. Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position. Blockade-Position zum Abfangen einnehmen. So, unsere Drohnen lassen wir uns automatisch fliegen. So, rechts von mir. Da oben ist er. Viel Erfolg. Blockade-Position, brauche Menendez aktuell im Standort. Oh, Mann ey, Schockladung. Wir haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Ja, dich hab ich nie übersehen. Hä? Kann er noch mit erlaufen. Ich geh erstmal nach oben. So, dich tun wir mal. Moment mal, was? Wo ist er denn? Ah, das sah erst aus wie eine Sniper da rum. Moment, ich hab doch. Irgendwie so eine komische Granate oder was das sein soll. Ey, meine QS, meine Dragonfire, das gibt's nicht. Genau, Ball-Lamme auf mich. Mit einer RPG. Oder mit einer, nee. Ich glaub, der hat eine Stinger für die Dragonfire. Äh, ja. Ich brauche Menendez aktuell im Standort. Sir, feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Person scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein.